Das hier ist Joko und Klaas gegen ProSieben und das hier ist das große Finale und die beiden sind heiß. Sie wollen nicht in Unterführing an der Hausfassade hängen, anstelle von Jenke von Wilmsdorf, das ist nämlich die Strafe. Es wird ein Foto direkt nach der Sendung gemacht und wir machen rückwärtsgewandtes Photoshopping und werden euch ein bisschen hässlicher gestalten. Ich würde da schon gerne hängen, aber nicht so scheiße hässlich wie das. Das kann ich verstehen. 2 plus 10 mal 2. Schluss. Aber es ist ja Punkt vor Strich. Also die richtige Antwort wäre gewesen 22. Joko und Klaas, ProSieben, Satoshi, ProSieben. ProSieben ist ja klar. Das war's. Das Wort gibt es nicht. Also das heißt, hallo Joko und Klaas, bitte dreht euch im Kreis. Nach Beispiel? Ja. Ziehen an. Das kann der Klaas nämlich. Sehr gut. Guck mal, das zeigen wir direkt. Das gilt in der richtigen Länge. Das ist alles scheiße. Wie soll denn das gehen? Schreibt das Alphabet rückwärts. Und wir machen rückwärtsgewandtes Photoshopping und werden euch ein bisschen hässlicher gestalten. Das sind zwei traurige Verlierer, die genauso gucken, dass sie sich ärgern, dass sie es eben verbockt haben. Das ist alles klar. Das war's. Das war's. Das war's.